Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Sieht nicht so aus, als hätte die Tür im Griff. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Okay. Klaut, hörst du mich? Die Tür zu Sektion 3 haben wir gefunden, aber sie ist noch verriegelt. Verstehe. Rujo hatte doch was von Vorbereitungen gesagt, nicht? Ich denke, wir müssen das da bedienen. Das zentrale Kontrolltermine. Könnte sein. Sieh mal! Unten kommt man jetzt auch weiter. Sagen wir Cloud Bescheid. Was untersucht dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem All kam. Genova. Für Hujo ist es etwas wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesen Märchen! In dieser Einrichtung arbeitet man daran, genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hujo scheint uns zu benutzen, um seine Experimente zu vollenden. Hä? Dieser Mistkerl, was bildet der sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben, verdammt. Erlösen wir sie. Als erstes müssen wir einen Weg ins Zentrum finden. Zum Angriff! Heute steht frei auf dem Speiseplan! Das war's! Volle Konzentration! Nichts hätte ich noch. Nichts hätte ich nicht mehr als Sieg! Mein Einsatz. Wir werden für nichts Zeit machen. Bis wir am Ziel sind. Tifa und Aris waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Was passiert? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Sag den beiden Bescheid, dass sie losgehen können. Aber sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay? Wird erledigt. Kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Tifa, bist du da? Wir haben das Kontrollterminal bedient. Die Tür sollte jetzt offen sein. Drin sind wahrscheinlich Versuchsobjekte von Hojo. Seid auf der Hut. Danke. Wir sehen's uns an. Ich bin der Lager. Hier! Nachschlag! 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 Geht weiter! Und! Rennen! Flieg! Na? Schön gewonnen! Was haben die hier wohl gemacht? Das macht mich irgendwie traurig. Das macht mich. Was ist das? Das wird wehtun. Komm mit zum Finale. Abschlag. Kein Risiko anziehen. Geht nachsetzen. Geht los. Achtung. Geht nachsetzen. 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 Das war's für heute. 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 Cloud? Cloud? Ja. Wir haben hier. Wir haben hier gerade einen Hebel bedient. Transfusion. Transfusion. Startup initiiert. Das war's für heute. 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 Also, das war's für heute. Was ist das? Weiter geht's. Wie fühlt es sich an, wenn einem die Lieblingsspielzeuge zerstört werden? Immer wieder ein erquickendes Vergnügen, dessen ich wohl niemals überdrüssig werde. Nun, so weit, so gut. Dann zum nächsten Test. Hey! Entschuldige die Störung, Arschloch! Aber du hast bei mir noch was für uns. Kapierst du es nicht? Beginn des Tests. Wartungspersonal, bitte entkommen. Beginn des Tests. So, dann sei mal schön nett zu meinem Spielzeug. Was wird das jetzt schon wieder? Letzte Sonne! Stromschlag! Zu nachlässig. Willst du jetzt nicht schlappen? Kein Problem. Wartungspersonal! Ablässig. Aus der Auge. Keine Chance. Was mich zum Beispiel zu tun? Den Fallen sind geschwächtig. Jetzt gebe ich alles. Drücke mich! Jetzt gebe ich alles. Zieh mir die Schmacht. Nur kein Übermut. Los, zu Red. Verpiss dich! Was war das? Wo ist er? Tut mir leid. Er ist entkommen. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Das ist kein Krankenhaus, oder? Versuchsobjekte werden nicht veranztet. Hier wurde modifiziert und seziert. Heilige. Hey, was soll das? Hey, hey, hey! Er kocht ab wieder. Wollt wohl nicht Spielzeug genannt werden. Das war's. Oh, das war's. Nichts! Kann mich nicht! Geh! Ah! This is Popeye! Ja, weiter so. Du hast auch klappt.